So nochmal einen wunderschönen guten Tag an alle Baustelle ist fertig Alles abgebaut Lagerhalle ist leer Es ist nur noch das fahrbare Gerüst geblieben Sonst alles abgebaut Die kleine Halle hier auch Was ich euch vorhin gezeigt habe wo das Gerüst stand In halb eins haben wir angefangen Wir haben gerade 2 Uhr Eineinhalb Stunden für den Abbau LKW ist auch vollgeladen Zeige ich euch gleich Ist ein bisschen wenig drauf Chef sagt da kann noch ein paar Belege drauf Ein paar Rahmen Also fahren wir gleich noch Ungefähr 200-300 Quadratmeter nach oben drauf abbauen Passt auf den LKW auf jeden Fall Jungs Wartet mal ich drehe mal die Kamera um ok So Dann zeige ich euch mal den LKW Der Marius ist auch da Das haben wir gerade abgebaut Chef sagt da passt noch was drauf Also 300 sagt er Kleine Baustelle 300 abbauen Können wir noch Alles gut Also normal passen da 63 Rahmen drauf Wir haben ein bisschen mehr 36 Belege Ja Maler Forum lädt halt 36 Belege Wir laden halt ein bisschen mehr Ja 130 Belege Belege Auch hier noch So sieht das ganze aus Warte mal ich zeig mal von der anderen Seite Das ist halt richtige Ladung So muss man jeden Tag raus fahren Anhänger wird übergewertet Anhänger wird übergewertet Die gestrige Baustelle was wir abgebaut haben Und so Und wie gesagt Vielen Dank an die Firma Bisterfeld Adja Wartet Mütze falschrum an Oder nicht richtig an Damit man auch schön die Werbung sieht So rum Ich wünsche euch was So die Jungs versuchen da gerade Den Maler Forum LKW fertig machen Ist nicht viel Sache wir hätten noch Was draufladen können Ich habe gerade mit dem Chef gefragt Wie viele Quadratmeter Wir gerade abgebaut haben Das sind ungefähr 500 Nimm mal die Werbung hinten auf Auf der Ding Sieht man es richtig? Ja sieht man es richtig Schön Dankeschön Was willst du damit? Peace an alle Ja das war für mal Lohren